einen wunderschönen guten tag zusammen zu einem neuen youtube video von uns von der mustang 302 gmbh ich habe euch wieder ein fahrzeug mitgebracht dass ich euch vorstellen möchte es handelt sich wieder um ein kundenfahrzeug beziehungsweise um ein fahrzeug dass wir exklusiv für den kunden genau so bestellt haben ihr erkennt es schon es ist wieder ein ford bronco selbstverständlich in der original us-version diesmal tatsächlich ohne sasquatch paket das sasquatch paket spreche ich ja immer wieder an wir können es hier gerne auch noch mal einblenden das sasquatch paket ist an für sich ein sehr wichtiges paket dass den bronco noch mal auf eine neue ebene hebt in diesem fall wollte der kunde das aber nicht was auch völlig in ordnung ist dafür hat er sich aber entschieden und ich glaube man kann es auch schon erkennen es ist die zweitürige version und das würde ich sagen schauen wir uns jetzt mal genauer an ja wir haben hier einen bronco und zwar in der ausstattungsvariante badlands ihr wisst ja bei uns bekommt ihr alle bronco versionen egal ob als zweitürer als vier mit soft top mit hard top oder mit beiden dächern oder mit oder ohne sasquatch paket mit dem vier zylinder mit dem sechszylinder ganz individuell so wie man ihn auch in den usa bestellen kann wir haben die wunderschöne farbe kaktusgrau die ist momentan bei uns sehr beliebt da werden sicherlich auch noch andere broncos in der farbe kommen was ich jetzt so im kopf habe einfach eine sehr schöne farbe eine helle farbe wo man auch eben sehr schön die konturen des wagens sehen kann das finde ich halt immer super und das geht bei schwarz oder so immer ein bisschen unter an der stelle der kühlergrill diesmal nicht schwarz lackiert wie beim wild track sondern eben in diesem carbonized grau gehalten und dafür dann auch das weiße bronco logo es handelt sich um ein 2024 modell und hier ist die stahlstoßstange vorne serie geworden das geht gar nicht mehr anders es gibt ihn vorne beim badlands und wild track ab jetzt nur noch mit stahlstoßstange vorne und die finde ich sowieso immer relativ wichtig einfach ein bisschen für die martialischere optik und hat natürlich auch sinn denn man kann hier lichter integrieren die wir wie ihr wisst auch mit anbieten beim bronco man kann hier gleich die seilwinde integrieren also das macht schon sinn wenn man hier gleich die stahlstoßstange hat bevor das video weitergeht ein kurzer hinweis in eigener sache bei uns gibt es nicht nur den bronco raptor so wie er hier hinter mir steht sondern wir bieten das gesamte ford usa portfolio an in allen möglichen konfigurationsvarianten f-150 bronco mustang shelby dark horse alles was ich vorstellen können falls ihr fragen zu den fahrzeugen habt oder einen bestellen wollt kontaktiert uns gerne und schaut auf unsere webseite www.mustang302.de und jetzt geht's weiter mit dem video so ihr lieben jetzt wollte ich gerade auf die reifen und felgen eingehen und dann mussten wir kurz die location wechseln weil da ein paar arbeiten im gange waren im wald ja macht nichts kurz die location gewechselt das geht ja hier ohne probleme ja zum thema felgenreifen beim bronco mit sasquatch paket habt ihr den 35 zoll reifen verbaut eben auf der 17 zoll beatlock felge das ist jetzt hier nicht der fall weil es ja ein normaler badlands ist das heißt wir haben die badlands spezifische felge beziehungsweise dieses spezifische design das gibt es auch so nur beim badlands auf einem 33 zoll reifen zusätzlich was auch witzig ist ist das fahrwerk das ist nämlich hier trotz des 24 modells noch das bildstein fahrwerk beim sasquatch paket habt ihr das neue hoss fox fahrwerk drin hier in der us-version das bildstein fahrwerk auch sehr sehr gut funktioniert so jetzt schauen wir uns den kleinen von der seite an denn wir haben die zweitürige variante und ich muss wirklich sagen ich liebe den zweitürer erstens mal der wendekreis ist brutal also gefühlt kann man auf der stelle sozusagen drehen übertrieben gesagt jetzt mal also wirklich man kommt überall damit durch man kann ihn prinzipiell auch super in der stadt fahren also wirklich wirklich klasse und der zweitürer sieht einfach noch mal kompakter aus wenn jetzt noch das sasquatch paket drauf wäre wäre es natürlich ideal aber sei es wie es ist nichtsdestotrotz finde ich den zweitürer einfach witzig gerade wenn man sagt mein gott man fährt eh die meiste zeit alleine das ist doch eigentlich die realität vielleicht sitzt mal jemand auf dem beifahrersitz aber dass man wirklich mit einem vollgepackten auto durch die entgegen fährt das passiert ehrlich gesagt eher weniger und wenn man das wirklich machen muss weil man beispielsweise kinder hat dann kann man theoretisch den viertürer nehmen wobei das schauen wir uns auch noch mal kurz an wir haben auch hier vier sitzplätze ja also eine wirkliche notwendigkeit gibt es nicht das ist einfach geschmackssache jeder wir meint im endeffekt der eine findet das besser der andere dass ich finde den zweitürer richtig wild der steht finde ich einfach richtig schön kompakt da und man hat trotzdem die möglichkeit eben einiges zu verstauen und wir sehen es ja auch schon wir haben hier zusätzlich den dachträger konfiguriert den muss man natürlich vorher entfernen bevor wir das hardtop entfernen können vorher muss der dachträger logischerweise entfernt werden das entsprechende werkzeug ist mit dabei ja den zweitürigen bronco gibt es logischerweise nur mit dem hardtop weil wir das hardtop jetzt auch gerade noch mal ansprechen noch mal der hinweis von meiner seite wir können für alle viertürigen broncos mit soft top das hardtop auch im nachgang bestellen das ist nicht das oem also das original ford hardtop sondern kommt von einem anderen hersteller dieses hardtop haben wir in ein paar videos auf tiktok und instagram gezeigt wir haben dazu leider kein youtube video gemacht ihr findet das aber auf unserer website unter dem bereich bronco zubehör das ist ein nachbau des original hardtops sieht genauso aus hat allerdings dann eine raue oberfläche sieht wirklich super aus qualitativ mindestens wohlgemerkt mindestens genauso hochwertig wie das ab werk und der gesamte dach himmel ist innen verkleidet mit einem leder inlay also wirklich sehr sehr hochwertig kann man selbst installieren gar kein problem kommt vormontiert also keine sorge nicht in 5000 einzelteilen das können wir anbieten für alle interessant die einen viertürigen bronco mit soft top fahren und vielleicht doch mal ein hardtop möchten aber nicht wissen wie sie da rankommen können an der stelle wir haben beim badlands seitlich die rock rails verbaut also der aufprallschutz für felsen es gibt verschiedene running boards mittlerweile die man bestellen kann ab werk auch das bronco raptor die bronco raptor trittstufen können auch ab werk mittlerweile bestellt werden und noch ein punkt vielleicht ganz kurz zum hardtop ihr könnt mittlerweile oder wir können mittlerweile das hardtop auch lackiert bestellen also das ist dann komplett schwarz lackiert diese option gibt es ab jetzt ab mitte 2024 so jetzt aber der kurze blick in den innenraum den badlands gibt es nur mit den schwarzen vinylsitzen beim wildtrack gibt es diese schwarz braunen nennt sich dann medium sandstone ledersitze ledervinylsitze und beim outer banks zum beispiel gibt es blaue oder braune sitze das ist immer unterschiedlich pro version der badlands ist immer schwarz hier im innenraum mit diesen schönen akzent nähten noch ja wir klettern rein wir haben hier die badlands spezifischen funktionen das heißt wir haben differenzialsperre hinten vorne und wir haben die aushängbaren stabilisatoren das gibt es nur beim badlands weiß nicht ob ich schon mal gesagt habe die maximale konfiguration die möglich wäre beim bronco das wäre also ein badlands mit sasquatch paket dann habt ihr die absolute technische und optische vollausstattung das nur mal so nebenbei an der stelle ja wieder mit dabei die aux schalter wo man eben zusätzliche lichter anschließen kann und das bieten wir eben auch mit an verschiedene zubehörteile für den bronco ansonsten alles wie gehabt mit dem kleinen unterschied dass wir jetzt eben hier bei den fahrmodi der rock roll modus den haben wir jetzt hier als siebten fahrmodi mit am start eben bei der version badlands und ja damit gibt es dann keine grenzen mehr an der stelle jetzt schauen wir uns noch die zweite sitzreihe an beim zweithörigen ford bronco das dürfte den ein oder anderen interessieren die frage kommt immer wieder wie es denn mit den platzverhältnissen aussieht ich hoffe es ist von den lichtverhältnissen einigermaßen in ordnung ja ich demonstriere das immer wieder gerne ich persönlich bin deutlich über 1,90 m ich kletter jetzt hier einfach mal für euch rein so ist das spannend und sitze jetzt hier ich weiß gar nicht ob ich den sitz jetzt alleine alles ein bisschen schwierig ja ich kann den jetzt nicht zurück machen aber der sitz wäre wenn jetzt eine normal große person hier sitzt ungefähr würde ich sagen hier das heißt man kann hier prima sitzen also wenn ihr euch das mal anschaut hier ich mit meinen 1,90 m sitze hier hinten drin und ihr könnt es jetzt vielleicht nicht sehen aber ich habe hier immer noch so viel luft von der kopffreiheit her ja also das ist halt beim bronco extrem gut gelöst und deswegen kann man hier ohne probleme auch hier hinten sitzen für kinder überhaupt kein problem oder für jugendliche also alles gar kein problem auch für etwas längere fahrten kann man hier hinten sitzen da ist der viertürer nicht unbedingt notwendig natürlich gibt es auch den obligatorischen becher halter so viel dazu dann würde ich sagen schauen wir noch mal kurz in den kofferraum jetzt also noch mal der kurze blick in den kofferraum erst die klappe aufmachen dann können wir hier hier das ding hier öffnen so sieht das aus die sitze kann man hier ganz easy einfach umklappen und ja es ist natürlich kein großer kofferraum ist ja klar das kann man auch nicht erwarten ja das ist ein zweitürer irgendwo müssen ja die zentimeter die hier fehlen zum viertürer das das verliert man eben das ist so aber ich denke gerade für einkäufe oder alles so normale was man transportiert was man dann vielleicht auch vorne noch rein tun kann das ist ja überhaupt kein problem nochmal der hinweis es ist schon so gedacht dass wenn man eben offroad geht und vielleicht solche touren macht oder mit dem zelt irgendwo übernachtet dass man eben auch das dach benutzt und da eben verschiedene verstaus systeme anwendet deswegen haben wir auch hier zum beispiel den dachträger drauf und das ist schon so sage ich mal gewollt ja hier hinten hat man dann vielleicht so ein bisschen seine 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 offroad tools oder vielleicht noch ein air compressor kit oder sowas und vielleicht noch ein bisschen gepäck und das geht prima also bin ich der meinung für ein oder zwei personen absolut ausreichend an der stelle so ihr lieben das war schon wieder mit dem video zu diesem coolen zweitürigen ford bronco ich kann es nur noch mal sagen ich finde den zweitürer einfach genial wenn es meine entscheidung wäre ich persönlich würde den zweitürer nehmen ich würde selbstverständlich das sasquatch paket noch dazu packen dann habe ich die maximale konfiguration dann steht dann noch mal krasser da optisch gesehen aber auch jetzt steht er hier schon sehr schön da es gibt den zweitürer bei der version big band black diamond wildtrack und badlands und theoretisch bei der limitierten heritage variante beim outer banks beim everglades und beim bronco raptor gibt es nur den vier türer haut gerne mal in die kommentare zum einen wie findet ihr die farbe das ist immer wichtig für uns auch zu wissen wie die verschiedenen farben so ankommen und wie findet ihr den zweitürer im vergleich zum vier türer auch das wäre sehr interessant für uns zu wissen wir versuchen immer ein paar kundenfahrzeuge zu zeigen alle schaffen wir leider nicht manchmal spielt auch einfach das wetter nicht mit oder der kunde ist ja so heiß auf sein auto dass wir quasi keine zeit mehr haben noch ein video zu machen aber ich denke dass wir euch immer ganz coole fahrzeuge auch in zukunft zeigen können das werden wir auf jeden fall versuchen in diesem sinne wir sehen uns beim nächsten video bis dahin servus bis dahin servus